hallo und herzlich willkommen bei ls17-09 ich habe mich entschieden eigentlich wollte ich bei losberg weitermachen bloß ja erst wollte das nicht hatte ich so ein spiel bug also bin ich auf dem träger gejoint und auf einmal hatte ich nur noch zwei fps die wiese war kein acker mehr das war nur noch eine grüne wiese also diese grundstruktur ja gut habe ich wieder rausgetappt also abgeschossen weil ging nicht besser dann habe ich gesagt gut noch mal neu hat er sich vielleicht aufgehangen oder so gut noch mal neu rein alle mods und sowas wieder die ich rein haben wollte aktiviert und so dann habe ich gleich gespeichert dass ich das nicht noch mal wieder alles aktivieren muss und dann passiert ja genau dann wollte ich speichern und er hat gespeichert und gespeichert und gespeichert also tot gespeichert toll was mache ich jetzt habe ich gesagt gut dann muss ich wieder raus haben also abschießen dann wollte das noch mal neu machen also so ganz bald belassen gab es den spiel schon gar nicht mehr alles weg also die komplette karte wurde gelöscht ganz merkwürdig gut und dass ich jetzt nicht noch eine neue karte wieder anfangen habe ich mir gedacht mache ich hier weiter ich glaube das mal ganz was interessant ist hier glaubt nicht dass das viele machen glaube ich gehe ich mal vor allem aus jetzt einfach mal ja diesen anhänger hier wollte ich ganz gerne verkaufen wie viel kontakt hatte denn der noch also wie viel wie voll ist denn der kontakt war das jetzt eigentlich die erste ne war schon die zweite na fuhre die wir weggebracht hatten machten 20 prozent so lange möchte ich auch gar nicht machen weil ein gewisser herr gleich stream da wollte ich ganz gerne reingucken na ich habe nur ein bisschen urlaub also es ist ein montag wird sich so ein bisschen in der youtube 10 oder so auskennt weiß wie nicht mein und ja also dann kaufe ich einen neuen anhänger mal sehen was für ein oder ihr könnt mal mit entscheiden welchen anhänger ich kaufen soll können wir gleich mal entscheiden hier so den hier wollte ich ganz gerne nicht weil der ist kleiner wie der entweder den hier oder den hier also ich würde schon sagen den hier den farm tech oder was können wir sonst noch mal nehmen gucken wir mal der ist noch zu hoch finde ich zum großen haben wir gar nicht oder den hier der ist mir eigentlich zu lang könnte man auch mal nehmen könnte man auch mal nehmen könnt ihr mal mit in den kommentare schreiben den marschel marschel die marschel zum beispiel mal was anderes oder den hak ne den können wir noch gar nicht die ist ja noch ganz das ist ja noch zu teuer können wir ja noch gar nicht hm 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 oder den hier den könnten wir schon oder also als nächstes wir müssen ja noch erstmal ein bisschen oder den hier obwohl wir brauchen ja auch noch eine presse ne dann hat sich das ja erledigt eine presse da haben wir hier eine schöne 58.000 rundballen rundballen ist doof finde ich die ist mir zu teuer man braucht zu viel leistung so viel leistung haben wir nicht wir holen uns einen hier vorn machen wir hier weiter welche das ist alles das gleiche bloß von welcher marke wollen wir den dann nehmen Fend massive hergussern new holland oder challenger da könnt ihr mal in den kommentare schreiben welche marke ist beides also alles der gleiche wagen und da hinten kann man noch ein ballen wagen oder so ein anhänger noch hinten ran hängen ob zahle da hier sind wir ja also welchen hiervon und dann können wir mal noch erzählen oder schreiben ob dann ballen also da auch eine anhängerkupplung hinten rankommt soll also der wird ach ne wir haben ja auch noch nicht so viel geld ja aber könnt ihr trotzdem machen eine kommentare schreiben und dann leihen wir uns den so wie wir ihn brauchen dann ganz einfach so fahren wir da mal ran ich hoffe das ist laut genug ich glaube ich schon mal wieder was umgestellt laut jacke 20 glaube ich hätte das so das so genau so 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 das abgeben Weil im Moment auf meinem Kanal, ich glaube der läuft am besten LS, ich kann ja mal rumgucken Oder wie gesagt, was ihr vielleicht ganz genau mal sehen wollt, können wir mal gemeinsam was machen Zum Beispiel Spore habe ich noch laufen, das finde ich auch ganz interessant So, auf mein Ohr ist das ein bisschen laut, warte So, so So ist besser Was hätte ich noch laufen? Minecraft Ich weiß nicht, vielleicht mögen einige von euch das auch nicht Minecraft Auch in Ordnung So viel Zeit habe ich ja auch nicht, habe ich gemerkt Aber dann lasse ich jetzt mal LS weiterlaufen Oder Könnten wir mal was schreiben Was euch auf dem Herzen liegt Oder ob ich mal so eine Map-Vorstellung machen soll, was es alles an Maps gibt Oder eine größere Map oder was weiß ich Muss mal eben gucken Hier abladen oder woanders abladen Weil hier haben wir auch nicht so viele Möglichkeiten Aber Lassen wir mal gucken Äh, wir haben Weizen, ne? Weizen Weizen Da Wo ist der? Kenne mich hier noch nicht so aus Ja Sind wir ja richtig So So Ausgeben 4.814 Euro Euro Dann brauchen wir auch noch einen Rohbau Vielleicht noch mal ein bisschen größeren Später So Ich glaube, ich muss noch mal Ja, mal sehen, wann ich das nächste hochlade Wird dann wahrscheinlich auch LS werden Weil das letzte hat auch wieder 4 Aufrufe Und die anderen beiden, die ich danach Ähm Die beiden, die ich danach, ähm Hochgeladen habe Haben bisher noch keine Aufrufe Aber, wenn das euer Belang ist Wie macht das noch Spaß alles Machen wir hier weiter Hier können wir auch Missionen auch weitermachen Also hier ist genug Platz Ich weiß ja noch gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme Ich glaube, wie lange haben wir noch gar nicht auf Okay Das ist unser Trecker hier Trecker So Bock, 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 bock Das, das, das Ich werde auch so einen Kleinen Achso, hier ist eine Tränke Okay Und hier ist halt das Futter Okay Ich werde mir wahrscheinlich auch keinen Hofdreck hier holen Sondern den, den Lindner, den es hier gibt Der hat eine Allradlenkung Kann auch einen Frontleider ankuppeln und so Finde ich schon nicht schlecht Oh, und wir können Goldbarren aufheben Natürlich Sammeln Ihr könnt dann auch nochmal in den Kommentaren schreiben Oder das machen wir nächstes Mal Am besten Nicht, dass zu viele Fragen aufkommen Und die die Hälfte nur behaltet Weil ich würde so ein bisschen mit euch spielen Dann macht das, glaube ich, auch euch ein bisschen mehr Spaß Und haben wir ein bisschen mehr, ja, Aktivitäten, würde ich mal sagen Aktivitäten Also, besser was zusammenspielen oder sowas Ach, guck mal, was wird er haben Wir sammeln keine Ursache Wir sammeln Goldbarren Dieser Baum wackelt Okay Der Baum ist dumm, wackelt So, und was gibt's denn noch so zu erzählen? Wie gesagt Karten könnt ihr euch Sonst mal Melden Oh, schafft ihr das noch? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub, der bleibt wieder Kurz vorher stehen Das wäre doof Nein, weiter, 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 weiter Nein, 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 weiter, weiter, weiter Er hat's geschafft, ne? Ja, das ist super So Dann tanken wir den nochmal ab Also ich finde diese Anhänger, der sieht irgendwie immer ein bisschen komisch aus Ich weiß auch nicht Der sieht halt komisch aus Ganz merkwürdig Was wir gleich noch Also hier nachernten können Ich weiß nicht, haben wir noch Soja oder sowas Soja, boah Das bist du mehr Geld bringt Und was wir noch so auf dem Feld haben Ach so, der ist leer, ne? Fangen wir doch mal an der Seite, ne? So Aus Dann gucken wir mal Raps haben wir da hinten Da hinten haben wir noch Gerste 72 hier oben Das Gerste Und hier haben wir noch Raps Das sind schöne kleine Felder Das ist doof Ups, Salatbäuerchen Da hinten haben wir noch Schwein Da haben wir Schaf Okay Dann würde ich sagen Raps, ne? Raps Soja, boah Was wir mal ein bisschen Geld machen Da hinten kann man die Besuchen wir mal Guten Tag Hier wird also das Heulen gebracht Oder die Ballen Okay Ah Ich verschenze Das hat noch einer Okay So Das haben wir ja schon mal Also hier gibt's nix weiter Zu entdecken Jo Das haben wir noch so Zu erzählen hier Schiffe Sehen noch ein bisschen primitiv aus Ich glaube, dass es so Dieses alte Flayer noch Oh, ein Auto Was macht das denn hier Oh, ein schrottiges Auto Quietsch, quietsch So, dann haben wir bald überall wieder Punkte auf der Karreie Auf der Karreie Hier oben was Fischen Nein Okay Da oben ist was Komm hier oben hin Bestimmt nicht, oder? Oder? Doch Oh, nicht da Komm hier hoch Hörzer Wie gelenkig wir sind Sportlich Nicht gelenkig Sportlich So Wir sind auf Eiersuche Das läuft ja hier Perfekt, wahr? Das ist nix Okay Komm, der Auto? Ja, oder? Okay Ach nee, den hatten wir ja schon gesammelt, ne? Okay Was gibt's noch so zu erzählen? Hm, nix soweit Lust Dass ich Bisschen Regelmäßiger Videos Machen möchte So Ein- bis zweimal die Woche Und Muss dann nochmal gucken Ob ich das dann mit den Muss dann ein bisschen was machen Mein Computer hier Der rauscht schon ein bisschen lauter Das liegt aber an dem großen Ventilator Noch so ein paar Sachen Neuen Monitor Mit einem größeren Und dann möchte ich auch mit den Äh, Livestreams mal anfangen Okay Ich würde sagen Damit war's fürs Erste Und ich hoffe, es hat euch gefallen Ein wenig Wenn nicht Macht einen Daumen runter Wenn ja Einen Daumen hoch Oder Lasst einen Kommentar hinter Bis dann Tschüss Das ist Das ist Ich würde sagen Vielen Dank.